Hi und herzlich willkommen zu der zweiten Aufnahme von Ich spiele die Rework Champs Die erste Mahopay-Aufnahme ist verloren gegangen und gerade haben wir surrendert Beziehungsweise wollten meine fucking Mates surrendern Weil wir ein AFKler hatten Es ist so schlimm, Alter Jetzt spielen Niklas und ich Ich spiele Mahokai-Support Und Niklas spielt Draven Ich wollte gerade Draven-Draven sagen, Alter Draven-ADC, Alter Auf jeden Fall Die Leute, die es nicht wissen, wie gesagt Ich spiele jetzt drei Runden Heißt Eine Runde Sejuani, die schon gekommen ist Also Support Dann eine Runde Mahokai, die jetzt gerade hier läuft Keine Ahnung, wie sie läuft, Digga Auch Support Und dann die letzte Runde Sek, auch Support Und jede Runde mit Niklas Hoffe ich zumindest, dass es klar geht Ich weiß nicht, wie lange ich das da bleiben kann Aber müsste man fassen Gut, dein Problem Gerade vorbeigerannt Richtig hingeblieben, der Junge Ja Auf jeden Fall Hoffe ich Dass wir die Runde gewinnen Ja Chaco Toplan Auf AP AP Chaco Toplan Ja, okay AP Chaco ist voll geil Den habe ich früher mal relativ oft gespielt Der macht so Spaß, Alter Das ist lustig Wir müssen gegen MF und Brundle Fragezeichen Haben die keinen Supporter? Hey, was haben die? Ne, Brand Alter, wenn wir jetzt gegen Brand Support müssen, ne? Ich bring mich um Brand Support ist der größte Dreck auf dieser Erde Guckt euch diese riesigen Minions an Das ist so geil Guckt euch den Scheiß an, Alter Wie riesig diese Dinger sind Jetzt, Damage, Alter So geil Abspricht Oh, mir wird duft Wir müssen gegen Brand Ja, guck mal, gegen wen wir müssen Oh, Brand Donne MF Weißt du, noch mehr Burst Kann auch nicht sein Wenn der jetzt die ganze Zeit so weitergeht, ne? Ich krieg Begrüße Ja, warum ist das los? Meine Gummiente Gummiente Gummiaxt Gott, lass Gummiente Warum hab ich denn jetzt schon so viel Leute Ja Ist okay Leute Leute Ey Ey Ich bin nicht fast bad, wenn ich sterbe Wow Ja, okay, ne? Legitulier Ist ja gut, ne? Gut Dann ist alles gut, Niklas, dann ist auch Ich kann nicht move'n Niklas, nein Oh, leu Oh, leu, ich hab getroffen Oh, leu Er ist main Ich bin main, Junge Ich bin einfach eindeutsch driven main Was? Ah Ich glaube, das wird ein bisschen Das kam bei dir noch Ach, ich hab noch viel Ich dachte, das war nur auf den perfekten Augenblick Oh, Mann Wann war der perfekte Augenblick, die ich weglässt? Wie? Oh, geil, Leute Oh, leu Ich hab gedouble wardet Ja, geh, geh Ja, geh, geh Ja, geh, geh Aber wie? 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 Hm, ich weiß es nicht Er hat mich gerade komplett aus dem Nebenweg kritisch, oder? Ähm Ähm Junge, ich schwör ich hab Dauerohrwurm von diesem fucking, äh, Pipi Langstrumpflied, ey Lansch und noch nicht in die Bühne über die Nusserster auch mehr das kann herren was denn die Verwirrung das ist der Soundtext er klar ja ich weiß dann zu einem nachbieren würde er in den Rundern Ich kenne den Text nicht. Ich würde have survived that. Okay. You mean the chip. Niklas, du hast sogar mehr Farm als... Nein, nein. Mein Farm hat sie mehr. Ja, jetzt, davor, die sind 19, 20. Putz. 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 Ich konnte gerade unser Barweg angreifen. Retarded. Putz. 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 Leute, das ist richtig knapp das einsam, wenn man hier immer. Was? Ich hier von meiner Pässe bis richtig gg, Alter. Ich weiß, da ist auch... Aber deine E ist einfach komplett geboostet. Oder ist das deine E? Ja, Mann, pass auf. Los, weg da! Try to come back, weg, weg. Ja, ich bin bis dann. Los, weg! Geil, dass du zu mir flasht. Dass ich dir auch noch mal den Schaden abbekomme. Hä, ich hatte gar kein Ding so mehr. Doch. Nein! Du hattest... Du hattest... Hä, hattest du nicht letzte Runde einen anderen Backport? Ne, hä, wie hast du denn da gespielt mit dem Jumpen? Hä, dieser Sprung Backport auf dem... Ach so, Graves! Hä, hast du irgendwie alle Pool-Party-Skins? Nein, den hab ich gezogen, den Graves-Skin hab ich gekauft. Ja, nice, Alter. Frichtiger Casher. Deine Casher-Phase, ne? Die alte Zeit. Zehn Jahre. Zehn, tausend Euro aus dem G. Ich hab tausend Euro insgesamt gecashed. Tausend! Tausend! Ich hab halt irgendwie... Ja, ihr macht gerade Drake, ne? Okay, GG, nice shit. Okay, alles klar, danke, danke! Ja, GG, macht Spaß! Ja, okay, gut, ist alles gut. Ja, danke, nein. Ja, das war's denn auch mit der Umnahme. Ja, bitte, okay. Ja, tschüss. Ah, das ist ein Scheiß, du. Boah, MF hätt ich eigentlich auch mal Rippen. Mega Bock mal wieder drauf, aber ich weiß nicht, MF ist halt so... Ich hab ein Rippchen verstanden. Jetzt hab ich Bock auf ein Rippchen, du presser. Krr, krr, krr. Krr, 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 krr. Was tut der denn da? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w? Ja, das ist geil, dass du jetzt auch noch kommst, du sohn! Verpiss dich! Du ist! Ja, GG, als ob dir so viel damage raushauen, Alter! Ich schwöre, wenn ich jetzt... Ich schwöre... Du darfst nicht hinter mich stehen, weil wenn ich dann... ...wenn die MF-Kugel trifft, dann wirst du aus dem Leben gekrittelt. Digger, wenn irgendjemand in Tower kommt, ich drückte W und der ist tot, Alter. Du, die W ist übel slow, ne? Wir haben die erst gepatcht. Hä? Meine W, dann werde ich unsterblich. Ich werde kurz und sterblich, Jackson? Ja, die W wurde immer noch geslowt, oder was? Geil! Und tot. Und sie stirbt auch. Aber es wird... Sie wird... Execute. Execute, genau. Es ist so ein... Es ist so ein... Es ist so ein... Es ist so schlimm, Alter. Es ist so schlimm, Alter. Ich konnte nicht alle... Und wo ich eigentlich alle angehltet habe, mit meiner Ehe, aber gut. Ja, oh lol, oh lol! Und er gönnt sich noch ein Kill, Alter. Das ist geiler Scheiß. Das ist... Das ist... 1-1-2-0... Ne, das ist... 0-2-1-2-2. Du musst wissen, die Ult von mir ist komplett useless. Die ist so langsam, da kann jeder rauslaufen, Alter. Das ist so schlimm, ne? Ja, wenn die mega falsch machen wird, ist halt mega. Ja. Du wirst gleich sehen, wie langsam eine Ulti ist. Ich schwöre, die Ulti ist komplett useless. Äh, SS. Überbrannt. Ich höre, die MF ist overfeeded, Alter. Ja, eins. Aber nicht allein durch uns. Alter, dieser Damage! Ja, geil, dass ich einfach die Q zweimal abkriege, Alter. Ich habe die Q einfach zweimal gerade abbekommen. Zweimal! Bei... Wie das auch immer geht, aber ich... Verpiss dich, du hässliches Kind. Und ja, ich habe was gegen hässliche Kinder. Vor allem im Vorhaber kleine, äh, MFs. Alter, wenn... Ja, geil! Dass das so viel damage raushaut. Ja. MF ist... ist hier mit einer der holz die am meisten schaden machen ja ich weiß aber zumal das so viel der mit voll alten bild macht 3000 4000 4000 das ist das dreifache von dem leben was sie gerade habe ok danke leute meine ulti ist total langsam langsam ich habe aber alle gestern so dass es noch überleben konnte und jetzt drei gegen vier alter war weg jetzt bitte tun wir waren steht im rafk rum geil was tut er denn was sind das für leute mit den ist klar und der verwendet zu beschreien ist gut so ist was in deinem leben erreicht also ich spiele total bad gerade ich bin total was soll ich sagen spielen was genau gleich schlecht aber jetzt ein negativ ich spiel zwei ein halb wenn gleich jemand kommt ich spiel ich schaue mal noch köln ok das ist der juan ist da das ist egal wir machen jetzt geil bist du tot ich habe viel weniger leben als du das ist wovon meint sich dem dran locker alt geil das war ein perfekter in gage und mini bombe aber ich habe das gefühl dass die hässliche auszielt ich habe mich nicht gucke da gut oh leu die ist sogar noch mal in deine falle gelaufen lauf mein junge es wird nichts oh leu hier portet sich jemand hin weg das weg da weg da weg da weg da es ist Bart Bart ja Bart 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 Ja Bart Ja das war ein gewolltes ich würde auf die Probe stehen guck wie langsam meine Ulti ist siehst du das jetzt ja trotzdem Ulti ist warte tschüss ja Fortranji Stacks hast du gerade die Pflanze von mir gesehen alter ich stand Millimeter außerhalb der Pflanze deshalb hat sie nicht getriggert was das heißt ich habe die Pflanze umsonst kaputt gemacht ja komm her ne klassische komm her komm her komm her hier sind Stacks hier sind Gratis Stacks von mir für mich und du kriegst Gratis Cias komm guck hä wir rasieren halt komplett irgendwie ich habe jetzt meinen comeback gestartet ich brauchte nur Schuhe schuhe die Schuhe sind das wichtigste du solltest da weg gehen sonst verreckst du Die Schuhe sind das Wichtigste, du solltest da weggehen Aber da habe ich nicht so tolle Eisenschuhe an Sondern bei meinem Charakter sind wir so Warte latschen, guck dir das an Die sollten auch, wenn du die Items kaufst, dir dann auch anziehen Das wäre bestimmt so übelgeil Nein, ich glaube, das würde an manchen Stellen echt retarded aussehen Oder wenn du mit einem Fernkampf Infinity Edge baust So ein Schwert auf den Rücken, Alter Nein, das wirft die Person an so Hast du den neuen Puls Feier-Skin gesehen? Ja Ich schwöre dir, der Puls Feier-Skin gegenüber von Puls Feier-Kaitlin So dermaßen schlecht aus, ne? Ja, aber ich glaube, das würde auch nennen Locker Sie hat fünf verschiedene Backboards Neue Stimmen Ne, ne, ne Irgendwie hat Nico gemeint, dass es wird nur ein Legendary Skin Niko meinte, dass es wird nur ein Legendary 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 Skin wird nicht schwörig Ich verstehe, dann Ripe nicht mehr Weil der ist halt übelgeil Der hat das Potenzial von dem Ultimate Skin Er hat nicht nur das Potenzial Das ist krasser als ein Ultimate Skin, Alter Jeder, den es bis jetzt gibt Der Muss eine neue Kategorie geben, Alter Ultimate, äh, Godlike Skin, Alter Gott Skin, Junge Äh, Niklas? Guck wie langsam das ist! Oh Suprem Hat sie wieder zurückgeholt Und dann hat sie sich gedacht Loll, das ist noch Ey, meine Ehen Genau, dass heute auch gerade gesehen Är Früher mal gedacht, dass es ist nur es ist einfach nur zur seite werfen so kurz sagt mir doch dass jemand kommt oder ich habe mich gerade aus erz selber realisiert ich habe hier alles gut ja ne klasse alles gut ja was hier alles ist gut ich hatte hier alles ist gut so du hast alles ist gut was hier gesetzt gerade erst kurz realisiert bestimmt doch irgendwas nicht ja ich hätte es überlebt ich habe gedacht was im feil bedingst und deswegen von der hausse ich habe 650 stecks und mein ding hat sie noch nicht so jetzt und den zurück die schilder umgekehrt ohne der hier ist so gg auf der lane muss nur ein bisschen mana regeneration und es ist auch für mich rein zu laufen ne klasse ist von leipzig zu heulen aber bei uns ab als hier ach so ja ich habe gar nicht gecheckt dass du gut doch der bahn hat fast aber ja gesagt oder bar zu sagen und das ändert nicht gut Hä? Geh doch rein! Kleiner Affe! Oh lol, Double. Du konntest dir ulten, ne? Der Flash ist raus. Hä? GG, Alter. Du konntest doch mal ulten, dann hättest du's über dir. Ich hab keine Mana mehr. Das war mein Problem in dem Moment. Ja, Spiel 3, 4, 4. Spiel 3, 5. Ja, Marokai ist... Macht Spaß, aber ist halt nicht so... Kann ihn halt nicht so gut spielen. Es ist halt ein Marokai, ne? So, jetzt warten, bis ich genug Dings hab, damit ich mir... Also nicht, damit ich mir den Zauberstab... Oh, Leute, komm mal schon. Oh, Leute, komm mal schon. Stimmt, das ist der neue, ne? Ja. Ich glaub, wenn wir den haben, Alter. Wir haben halt eine Minute Zeit, um ihn zu machen. Maximal. Leute, safe, dass ihr das hinkriegt. Leute. Gut, ähm... MF-Post-Botlane, ne? Was jetzt bitte? Wir brauchen den, wir brauchen den, wir brauchen den. Wir brauchen den. Geil. Ich nehme ihn. Ich hab ihn. Ok, Niklas, ab auf die Bottlane. Nee, auf die Mitte, auf die Mitte setzen. Die Mitte setzen. So, jetzt. Sets. UHHBCAAAHHH Ich will den Damage sehen. 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 Du, das an! Guck dir das an! 1000 Damage! jetzt wird gebaut ja sterbe ja wir haben einen tower bekommen und ja und bot den tower genuss dafür ja das passt aber dafür haben wir den tollen herald gesehen hier in seiner vollen blüte da müssen wir noch mal exon wie wir machen zeigen wir gleich das komplette genau ich baue die neuen items direkt auf den zumindest das eine das andere bringt gar nichts das damage over time ob das auge des heralds hat ja das ist das hast du statt ein wort und dann ja klar ich weiß ich weiß als ob wir jetzt mit den tor gelust haben und nicht das macht jetzt der wachsack und mit korte bereiter gg mein jungen er weiß wie es geht naja nicht das kannst du auch gekommen das würde ich selber machen lassen die mittleren form richtiger pränk alter ja es ist ein mittleren hast was dagegen erstmal drake machen weil er bringt uns halt was wir mehr als mir aber ja ich sag ja es bringt uns mehr ja er macht den krassen weg ja klar er hat auch wenn du wenn ich der der drake weg noch das ist auch nennen das ist auch ein ding es ist auch wenn er ab wenn er kann sie ja das ist dann eins mit der ruhe von jas ja das wir denken das ich habe keine mahne für mann holte ich könnte meine heute machen und das würde nichts bringen also für heute macht die schade so viel so viel macht die schaden so viel macht die schaden junge die ist eine grammatik ist da übersprache vorgesehen ich mache zu sparen schaden oder den raud da leuten gegenseitig ja mein gehirn hat kurz ausgesetzt Das tut bei dir. Was?! Ich was ja zählt. Das tut bei dir. Ich hab' die Schokolade. das alte muss ganz nahe das alte muss recht komplett useless aber das ist so ja kann man wollen wenn man das alte ist ganz gut gegen fisch oder themen zum beispiel ist sogar noch eins hinzugekommen ist eine wasser übelst ein schild gibt ja und er wurde einfach gehalten wir uns waren halt relativ viele items ja aber irgendwas gab doch auf dem pbe diesen mega schild auf doom alter wo habe ich das gesehen dass das wo dreiviertel seiner lebensschild umgewandelt werden und ich hab gleich ulti wieder aber die ulti ist irgendwie die ulti ist halt irgendwie komplett also ich die ulti ist schon gut aber es bringt ja nicht so krass wir junge weg nicht mit raven ich verwirrte was ist passiert bitte helfen sie mir ich habe gerade ich habe gerade kurz die emotionen verloren die emotionen verloren ja das ist überhaupt nicht geklaut ich bin gefickt ja 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 ich bin auch tot alter ist so ein abfahrt please help me you little kleiner hund der schaden so komplette alter ist es auch normaler kack zwei aces gekriegt wird vollkommen zufrieden für fünf sieben sieben im mittel hat ob du auch fünf fünf spielst ich weiß gar nicht warum nämlich so krass ist hier ähm sagt schon oh easy das kriegt er ihn kriegt er ihn ja komm gönn dir ja oh easy und jetzt gut ab auf die top lane ja ab auf die top lane für ein werbegag sein und für die ist alles ein werbegag alter tschüss niklas du warst echt ein wundervoller mail du hast echt ein sehr wundervoller mail ich habe zwei abbekommen ich korrigiere wie schnell hatte schön bitteschön dings seine rote wieder sich ja ja 120 sekunden es hat sich jetzt immer viel an aber das ist es fühlt sich hier ist richtig wenig ist es auch komplett lieb behen um nun im gröbel und dann tut er auch noch ein die 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 er ich bin schon wieder gestorben vorher ich habe richtig viel Spaß am Leben und das fachdant ja Leute, du Rhymes, Junge du Rhymes, Sinta komm Kais perfekt zufrieden die sprüche ich glaube ich hatte von ton lauter ich hatte von ton lauter und die sprüche von kreis der größte schweiz laber die ganze über irgendwelche äste aber so nicht so ich weiß nicht wie es jetzt beklebt wo früher dauerhaft gelabert schwer dass das maukai kommt jetzt gerade auch sofort wenn die ganze zeit nur labern das ist richtig abartig schlimm sterben kräftig das glaube ich sogar immer noch ja tut er locker auch aber es ist so ein abartiger packen so nervig ich glaube ich bin jetzt ohne klett ja mit mir voll auf den sack gehen kannst ja klar ich weiß nicht ich habe verbindungsaufbau ja auch ja okay wir haben beide gedehlen aus ja was geht ab okay ich warte jetzt einfach okay das ist sehr eigenartig das liegt daran das liegt aber an links ja ja locker an lol an lol ja weil jetzt hier jetzt können wir ein bisschen trocken alter weißt nicht worüber das hat ja auch max team einmal gesagt man sollte nie spärenden patch stehst weil das hat alles noch und die leute ist alles anspächt morden schreibt mich an darf ich mit morgen ich sage es kommen kann damit uns ein bisschen reden dann kriegen die leute noch ein bisschen entspannte stimme zum abschluss ich kann noch schreiben obwohl die verbindungsaufbau passiert ist die leute aber sind irgendwie abgeschmiert wir sind gerade mit in der runde und ich habe beide verbindungsaufbau bei mir das hat ihren hauptmenü Leute der Minion backt richtig rum Leute Leute ich habe ihn blieb bei mir hüttlich hier Diener Pläne wie vielen für das zu tun ich habe gerade eben eine Runde gespielt gegen die stunden naja ich hatte vorhin eine Runde mit äh 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 Nico im Kiefer richtig geil Hauptsache meine ganzen Crewdones resetten aber heute kriege ich nicht zurück was ist das im Hintergrund, Digga? die Motenwitz da ist die ist die Stimme aus dem Hintergrund ja also ja worüber könnte man so schönes reden schreibt mir doch mal in die Kommentare wie ihr denn das Mid-Season-Update findet ja man ganz voll gute Ideen also wenn jetzt irgendwie die Runde gingen so gesehen knapp ne Stunde vier Minuten weniger Morten wie kennst du denn das Mid-Season-Update ja Morten was ist deine Meinung zum Mid-Season-Update mit so da ist so da ist so nein warum? ich guck einfach nur so joo da ist einfach nur dat item und dat alter der eine hat mich so genervt mit diesen item ja ich hab grad konstant 500 und dat item und dat item und dat item eben halt das was dir 3000 Leben gibt ähm sehr komischer Panzer der dann ja ich glaub das hat den Mundo in der Runde gehabt boah bei Mundo ist das locker übelst abfuck und dann hatten wir noch ein Showguard im Team der hat das item auch gebaut der hat 34 er hatte 34k Leben ja das ist grad richtig spannend Leute danke locker finischen die gerade alter naja die Träger alle sind werden rausgeflogen locker mhm oder? gleich ich will auch nicht lieben ne ich will auch nicht lieben ich geh auch nicht raus joo ist das jetzt hier Smart Talk of Doom? bei mir seid ihr alle im Hauptmenü sind alle Leute in deinem Hauptmenü? nein nur ihr beide die anderen spielen und die Wolle ist angeschmiert ja gg riot und Korkis Vater sitzt in seinem fliegenden Boot und wackelt immer noch mit seinem Schnurrbart zur fucking Hölle ich weiß nicht ob ich weiß nicht ob könnte jemand mir vielleicht nen Tipp geben ja was nen Tipp wie ich schon ganz schnell auf 5 kriege oder so oder so oder so viele Champion Punkte du suchst so 3 Champions aus und spielst immer nacheinander oder du spielst aber Aram Aram Runden gehen immer schnell vorbei und dann spielst du da meistens geilen und kriegst du viele Punkte Gavin hat 300 und Nickel hat einfach 203 und ich hab 163 und das schon seit ohne jetzt mit Gin gerechnet hab ich 162 gehabt und das hatte ich dann schon 4 Monate so nix geendet Alter das regt grad leicht auf ne also ich guck mir grad zu die Map an also ich fahr grad mit dem Curser rum Leute das hier ist die Map ne das ist so Steine da unten ist ein Wald da ist noch mehr Wald da ist auch Wald da hinten ist Wald da hinten ist auch Wald Leute das ist so Leute das ist so oh lol Geh mal zum feindlichen Spawn und geh mal ein bisschen weiter nach oben da steht ein Reh also ganz an der Seite der Map da steht ein Reh oh lol guck dich das an wo ist süß wo ist süß wo ist süß das ist ein Hörschneckleß der hat ein Gewei aber trotzdem süß ja aber der hat so ein fettes Monster geweihert das ist so eine Mutation der sieht richtig süß aus der Kempel Könntet mir irgendeinen Champion fehlen den ich üben sollte für die nächste Runde äh ja nächste Runde könntest du Klett ok hab ich nicht was hat Morten genau Morten du bist ja der Typ der irgendwie über 20 Champions hat kann er sein ja ich will jetzt noch mehr Secrets auf der Map suchen ich hab nur 43 Champions ja was ich hab alle außer 20 oh hier ist Fogo Fogo so der ist halt aber kein Secret ich spiele einfach Timo im Moment ist er ja hier Trainingsmodus halt vielleicht lad den Bullshit hier trotzdem hoch ne ja ja ein bisschen langweilig gerade für alle aber ich finde wenn man sich so wenn man so mal die Map betrachtet merkt man ja die ist schon ganz schön schön ja ich hab eben halt so wenige Champs weil ich einfach nie irgendwie so eine Person habe die mir einfach helfen will bei den Sammeln der ganzen Punkte ja wie viele Punkte hast denn du gerade ich glaube 800 ja ja er hat sich gerade äh Raka oder Xayah geholt ja so ja weil sonst hätte ich gesagt wo die einfach vier äh alle vierhundertfünfziger oder was ne äh äh dann kannst du keinen 1.300er kriegen dann sparst du halt dann sparst du halt übel Geld weil äh weil nein Niklas du sparst nur Geld wenn du äh keine 4.800 also wenn du nur noch 4.800er und 6.300 natürlich hast also mein Leben alles der was also mein Leben ja bei mir auch hier war auch noch 4.800er und ich hab sogar mehr ich hab glaub ich mir fehlen weniger 6 3er als 4 8er ich hab eben halt so überhaupt gar nix gutes hey Digga das ist grad vollkommen retarded liebst du jetzt aus der Runde? hey ich kann mir Items kaufen ne doch nicht hä nein ich lief sicher nicht aus der Runde also also guck dich diese wundervollen Minions an Alter das ist wundervoller Cut das ist doch richtig geil dass sie immer noch campen ne das geile ist hier sind einfach so 3 4 Minions in der Mitte steht ein Minion einfach normal gerade und diese 4 Minions sind einfach so im Leg-Move Alter die die lecken einfach des Todes rum das krasse ist auch die Kanonen Minions die ballern sich einfach gegenseitig keiner kriegt Schaden und einer greift Vavik an und der andere Minion greift den anderen Minion an der Vavik angreift äh woran liegt das dass wir gerade jetzt die Runde gerade so abspackt hallo hallo hey ja 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 kann man nimm wenig zu schreiben ich will jetzt auch nicht zu lange warten nicht das geh mal raus und geh nochmal rein in die Runde äh ich äh zack und die geben ja ja die Runde ist beendet ja okay das war's dann mit der Runde ne äh vollkommen boosted alter wieder auf jeden Fall ich hab's auch durchgegeben ja es war es war sehr retarded am Ende jetzt aber stellt euch einfach vor wir haben gewonnen oh ich wurde gerade eingeladen ja auf jeden Fall danke fürs zusehen und bis zur also bis zur nächsten Runde wo ich dann sechs spiele ne letztes rework halt bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal